Hallo, du denkst beim Maschensatz nicht an Stricken und bei Netzwerken nicht nur an Schnittchen, Smalltalk, an zu kleinen Konferenzstehtischen? Dann bist du hier genau richtig. Wenn du also das Ohmsche Gesetz kennst, dir beim Nachdenken über Reihen- und Parallelschaltungen warm ums Herz wird und du beim Wort Diodenkennlinie feuchte Hände bekommst, wenn du die Knotenspannungsanalyse oder das Rechnen mit komplexen Zeigern immer schon mal so richtig verstehen wolltest, dann schau auf jeden Fall mal rein. Ich streame mehr oder weniger regelmäßig Get2Know, eine Online-Sprechstunde zu den Grundlagen der Elektrotechnik. Dabei beantworte ich Fragen, rechne Beispiele von vorn bis hinten durch und zeige dabei neben der Rechnung von Hand auch wie man praktische Werkzeuge wie MATLAB, Octave oder IT-Spice benutzt. Passend dazu gibt es manchmal auch ein paar kleine Experimente. Dann und wann stehe ich auch mal im Hörsaal, manchmal auch mit Studis. Dein Interesse ist geweckt? Dann abonniere den Kanal und du wirst immer informiert, wenn ich mal wieder online bin. Bis zum nächsten Mal.